so wie ich erst dahin am besten geht's ja nicht so aus als würde es da hinten weiter gehen also hierhin ein Kampf vielleicht ein verkürzter verkürzter Kampf ädien brannte Städte der Verwälder als die Flammen endlich erloschen lag das Land unter einer dichten Rauchdecke welche die Sonne verfinsterte es wurde so dunkel, dass sogar nachtaktive Monster nun am Tage jagen Standardkampf brauche ich da die Bombe beim Monster nicht so, oder? wie war das? oh ja, was passiert weg weg kommen die eigentlich immer, kommen die Schatzelmeier? das war nicht, ne? boah, viermal? nicht draufsetzen, dass ich dann nachher den Gaston kriege aber dreimal erreicht wahrscheinlich, ne? ne, 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 High-Fi das finde ich sehr stark das ist auch nett spiel eine zinfällig gewählte eine aus dem Friedhof links von ihr boah okay und im Deck oder auf dem Schlachtfelder das ist ja sehr ungewiss, ne? Kira ja, machen wir mal so oh komm Zeit meine Schande wegzuwenden wischen why not schon mal ein bisschen brennen da oben mein geist ist willig, aber diese blöden Stiefel es gibt eine Zeit zum ernten, zum säen und zum sterben du bist dann circa 31 soll ich schon mal passen? einen würde ich ja gerne ausspielen aber die beiden ausspielen nicht alle Drachen lieben Gold ich schon so, beenden so, du müsst doch müsst ihr da nicht kaputt gehen? ah, von 33 ist dann doch kein ähm einen noch war schon mal ein Stein mit den Zähnen gefangen so, dann wird die weg ich passe mal 45 zu 4 oh okay so, easy find ich echt nicht geil, ne? okay, ja, war nicht voll was, ne? hab ich hier irgendwo eine Befehlseinheit? ne, so da bin ich auch nicht so viel aber, dann kann ich den auf jeden Fall ausspielen ihre majestät ist außergewöhnlich da hat der so viele Karten na gut, ähm den kann ich auch ausspielen ich kann jetzt aber auch 4 ausspielen zack neun oh Gott neun zu gelangen wann immer die verfolgte eine hat Schaden zu viel für die zusätzlich zwei Schaden zu verbräneult an die Arbeit mal regelmäßig verschaden das Ding mal verfolgt haben Abläufe eine einfach eine Einheit ist das eklig wir sind nur noch wenige ach schade, schade okay ähm passen nö, 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 nö ach scheiße jetzt hab ich nur 200 na gut, dann lass ich den nehmen gerade fing's an langweilig zu werden wie kann ich dir helfen oh ja, ist uns für sie geraten ach, das ist ja typisch ärgerlich glaub mir du willst mich nicht wütend machen t trucco tucco da haben wir nochmal 4 Schaden Oder 4 gegen 78. Aber noch 3. 3 Teile und... Der zieht mir auch noch... Aber ich mache auch noch weiter Schaden. Boah, 3 Stück auf dem Halt. Nicht die Waffe, die kommt zu Fuß. Die lerne ich aber nicht mehr kennen. Wandel an der beschädigte Einheit. So. Die kleinen Mops. Herren, die Hütte ist leer bis auf einen Mann, der unterm Dach hängt. Ich meine, er sollte abgeschnitten werden, aber unsere Soldaten wollen das nicht machen. Sie behaupten das berechte Unglück, die Leiche eines Selbstmöders zu berühren. Ein bisschen Gold. Ja. Heu nicht. Oh, guck mal. Im hintersten Winkel steht wieder was für den Mehrspieler-Modus. Ja, cool. Gartwerk soll den Schwarzkretel die Tore geöffnet haben. Einfach kampflos aufgegeben. Da unten ist wieder mal ein Gehöft. Da komme ich gar nicht hin. Interessant. Wie ist es sehr heiß. Vor einer Woche stand dort noch eine Mühle. Da ein Gasthaus. Jetzt nur noch Asche. Und keine Spur von den Leuten. Nicht mal Leichen. Und Feuer ist hier überall. Ist ja noch so ein Schrein. War ich da noch nicht? Und ist auf jeden Fall noch ein Schrein. Oh. Hol ich mir den nochmal. Wo ist das hier runter? Ne, ne? Oh, aber da unten ist noch so ein Fass. Da komme ich nicht hin. Schade, 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 schade. Okay, da ist der Schrein. Aber wie? Da ganz außen, oder was? Da war ich doch auf. Oh, oh, oh. Wer versteht dieses... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oder was? Wow. Wow, wow, wow. Im Meerschpielermodus. Interessante Ohr, da muss ich jetzt mal über die Brücke. Oh Gott, ewiges Rumgerinne hier. Achso, das ist der Ohr, da war ich ja dann doch schon. Auf ins Feuer! Da kommt man nicht so gut durch, ne? Heiß, heiß, heiß. Oh, ein Rätsel. Oh nein, so blöd. Nochmal so ein Steinding, ey, der war blöd. Die Menschheit nutzt zwar von jeher die Macht des Feuers, doch die Angst vor dem Feuer ist noch älter. Zurecht, denn wenn dieses Element außer Kontrolle gerät, können die Folgen katastrophal sein. Damit ist kein Waldbund gemeint, nein, sondern etwas viel, viel Schlimmeres. Sieht aus wie Balrog. Aber sowas Schlimmes wollen wir nicht bedienen. Lieber so einem kleinen Feuer-Stein-Golem. Woher geht's rein? Platziere beide Genien in derselben Reihe und setze ihre Stärke auf den gleichen Wert. Pass Feuer in der Gegenüberreihe und verdopple die Stärke dieser Einheit. Ich will immer diese Einheit schenleit, verschiebe sie in die andere Reihe. Ja, das ist ja auch wieder, ach Gott, hin und her, gar. Wie blöd. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich hab keine Blitzeinheit. Hä? Zwei verdoppelt, okay. Dann muss ich mit allem schon mal drei Schaden machen. Wieder und wieder und wieder. 22. Ah. Warum kriegt er so viel Schaden? Und jetzt? Zwei? Erstmal zwei. Du kannst auch... Vier? Was? Da bleibst du übrig? Achso, will ich vier? Ja, machen wir nur zwei. Wurst ist gewurst. Okay, ähm... Der ist ja schon wieder ungerade, ne? Ich brauche ein Ziel. Jetzt machen wir den erstmal wieder gerade. Oh man, ey. Ähm... Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Vier und fünf Scheiße. So close. Schütze zu Diensten! Wie wir mal gerade machen. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Ha! Also das war sehr seltsam. Try and Error. Das ist vielleicht interessant gegen diese Bombe da. Von Mladen, Borto, Hofmagier. An seine Exzellenz, König Demavent. Demavent. Eure Hoheit. Unsere Späher haben Augenzeugenberichten bestätigt. Störungen des Elementargleichgewichts in der Nähe von Orten der Macht haben zum plötzlichen Auftaum von Feuergenien geführt. Das könnte das Wesen unseres Feindes sein. Teil seiner Strategie. Wir werden versuchen, die Kreaturen zu bending, bevor sie die Lage außer Kontrolle gerät. Und erwarte weitere Befehle. Also da ist die Lage auf jeden Fall außer Kontrolle geraten. Kommando Zelt. Füge eine Gegner schon ein und einen Scheinanzug. Verwende diese Fähigkeit achtmal. Hm. Zelt der Küringen. Messe Zelt. Werkstatt. Äh, was wollen wir hier? Muss ich hin? So, denn hier... Machen wir das. So, und das kostet 5000. Wow. Jetzt kann ich nämlich auch hier... Und schön mal... Zack. Zack. Vierer kann ich sogar noch machen. Den brauche ich nicht unbedingt. Finde ich. Kein. Der ist einfach mal stark. Bringt jetzt nicht so viel. Die kann auch mal raus. Für... Pfff. Ja, komm. Ist auch nicht schlecht. Hab ich hier noch einen... Alchemisten... 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 5, 5, 5, Alchemist... Dann könnte ich noch was reintun. Hm. 10 kostet die. Schwierig, schwierig, ne? 5,5, 4, 5, 7, 9, 9, 10, die ne? Last mal raus. Aber läßt... Dylan. Ach, ich lass es erst mal so. Lager verlassen. Oh man, hier brennt wirklich alles. Komm ich gar nicht durch. Für Nilfgaard wohl eher. Die Festung hat zwei neue Türme, einen tieferen Graben, ein eisernes Tor. Sie wird nicht eingenommen. Genau, und hier ist man wieder im Kampf. Neckar sind entgegen landläufige Meinungen nicht dumm. Intelligent genug jedenfalls um die strategische Bedeutung eines verlassenen Nilfgaardischen Lagers zu erkennen. Sie machten es zu ihrer palisadengeschützten Wohnstadt. Allerdings vergaßen sie das Tor zu schließen. Wieder gegen alles. Oh, da kann ich ja auch. Boah, vier Stücke, hä? Na gut. Zum ersten Mal sechs Generäer und Neblingen, ja super cool. Ich mach einfach mal das. Okay. 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 Das ist verloren, das war aber teuer für ihn. Nein, oh nein. Ach man, ich dachte man kann überziehen. Es ist zum Kotzen. Ich hasse dieses Spiel. Ach, weil es kommen immer Regeln, die man nicht kennt. Ich mord das selber. Ach. Ach, generieren eine Reihe voll. Ja, toll. Ja, ich spiel einfach so. Ja, eins, zwei, drei, vier. Der ist einfach. Hier in einer Reihe dicht Nebel, das macht. Zwei Schaden zu, ja cool. Du konntest mal da weg. Reieren eine Reihe voll. Was macht das? Was macht das? Wir spielen mal alle die uns. Beheilen wir uns. Damit machen. Hat gepasst. Okay, irgendwas Schlechtes. Das nicht. Das den. Scheiße. Äh, acht brauche ich. Ja, komm mal nehmen wir den. Hexter sterben nie in ihren Betten. Scheiße. Ah, super. Die verbrennt wieder. Ohne Scheiße hier. Ah, weg mit dir. Ach, na gut. Okay. Äh, passen nicht. Guck mal den. Ah, ich hätte auf meine Alte hören sollen. Ach, das ist ein Zwölber. Oh ja. So, dann kommt der aber noch. Diese Ernte gibt es Schwarz-Kittelköpfe. So, noch ist gar kein Nebel da. Ja. Aber die konnte schon was sagen. Hast du Arbeit für mich? So, beenden. An die Arbeit. Ja, der Nebel bleibt ja bestehen, ne? Dann lasse ich meine Uhr. Dann kann ich gleich alle auf einmal vernichten, ne? Oh, hä? Oh, hä? Du bist am Zug. Äh, generieren eine Reifeuer aufbrennen sollen sie, ne? Komm her! Lass uns tanzen! Komm her! Lass uns tanzen! Die Zielbänden. Das wird ja ganz schnell. Nein, jetzt passt die da nicht mehr rein, ne? Das ist doch nicht fair. Ja. Ach man, ist das blöd. Wir müssen ein Zahn zulegen. Also verbrenne ich das so auch schon mal drauf. Kann ich noch einen machen? Keine Zeit. Warte, dein Ernst? Warte, dein Ernst? Ja. Tja. Das ist ja ein trauriges Bild da. Ich halte das drüber. Das dürfte ja jetzt nicht drunter machen. Tink! 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 Tja! 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 Das ist ja ein trauriges Bild da. Tja! 6 Schaden machen. Das macht 8 Schaden. Das macht 8 Schaden. Ähm. Ja, das ist eigentlich relativ egal, ne? Passen. Da sterben noch mal ein paar. Ups. Ein Pferd ist nicht viel. Irgendwann ne. Herrlich. Schnell was essen holen. Schnell was essen holen.